Können Sie noch, Kanzler? Ich bin am Ende. Bazooka-Doppelwumms hatten wir. Wenn Sie sich einmal umschauen, ich bin gescheitert. Haben Sie ein Motto jetzt, dass Sie sagen... Ich habe so ein bisschen manchmal Zahnschmerzen, dass man sich zu seinem Land bekennt. Aber es war immer mit dem Versprechen verbunden. Ich wünschte mir, dass alle die Nerven behielten. Ich bin gescheitert. Das muss so bleiben.